Hallo alle zusammen, ich bin's der Ali Germetz. Ich möchte gerne mal wieder etwas mit euch teilen. Danke vorweg fürs Zuschauen. Heute geht's um mein Motto, die Liebe. Hinter mir hängt ein Bild. Das ist einer meiner Werke, was ich euch gerne präsentieren möchte. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal an meinen Posts gesehen. Denn das, was da so rund und so weiter ist, da sind mir noch keine Ohren auf dem Kopf gewachsen. Das ist ein Herz. Und da sind zwei, die sich lieben. Also, das Werk habt ihr jetzt mittlerweile schon gesehen oder von meinen Posts. Aber ich möchte gerne mal zeigen, was ich noch so alles damit kreiert habe. Also danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefällt, bitte einmal liken und im besten Fall sogar teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Ali. Bis bald. Bis bald. You killed me with your smile